Wie sieht man sich das Parlament und die europäischen Institutionen wirklich beschäftigen? Wir haben eine riesige Krise, wir wissen nicht, wie wir sie bewältigen sollen. Wir haben Arbeitslosenquoten, die skandalös hoch sind. In einzelnen Ländern beträgt die Jugendarbeitslosigkeit über 50 Prozent. Wir haben in einzelnen Ländern eine durchschnittliche Arbeitslosigkeit von über 25 Prozent. Und dann beschäftigen sich die europäischen Institutionen mit so einem Quatsch. Das erinnert mich an dieses Dokument, das vor einigen Monaten hier im Haus beraten wurde, wo man behauptet hat, dass der Klimawandel dann in den Griff zu bekommen sei, wenn in allen relevanten Klimaschutzorganisationen 40 Prozent Frauenanteil wäre. Das Dokument heißt Frauen im Klimawandel. Das ist also einfach nur der Gipfelpunkt der Groteske gewesen, die sich hier nahtlos einreiht. Das sind wirklich unnötige Turnübungen der Political Correctness, die einfach nur verschleiern, dass man sich mit den wirklichen Problemen der Menschen draußen überhaupt nicht mehr auseinandersetzen kann oder nicht will. Das ist einfach nur der Gipfelpunkt der Gipfelpunkt der Gipfelpunkt der Gipfelpunkt der Gipfelpunkt. Das ist einfach nur der Gipfelpunkt der Gipfelpunkt der Gipfelpunkt der Gipfelpunkt der Gipfelpunkt.